Denn die Neugier, sprich die Ortsveränderung, das sich bewegen und die Umgebung abscannen, sprich, ob dasjenige, was die dunklen oder hellen Mächte wären, die auf mich lauern, die mich beobachten oder auf die mein Blick sich heftet, etwas wäre, was mich begehrt, also das von mir dann einzuverleiben versucht wird, oder dass seine dunklen Mächte quem devoret, die dem bösen Blick, dem es danach lächzt, sich mich einzuverleiben, dieses Herumschweifen in der Umgebung, diese Neugier des Erlebens in immer neuen Konstellationen innerhalb der Herdenordnung, das dient eben der Frage, welche optimal geeignetsten Objekte einzuverleiben wären oder von welchen Subjekten ich mich wenigstens pseudomäßig erlegen lassen würde, vorgeben würde, mich erlegen zu lassen.